so jetzt starte ich bereits zum dritten mal dieses wie diese aufnahme neu aber ist mir auch wurscht denn ich habe beziehungsweise ich spiele oder ich nehme auf mit einem anderen aufnahmeprogramm jetzt mal wieder nach langer zeit und zwar die x-story habe ich wieder gehörung ausgekramt weil geil und so auf jeden fall wenn es die nächsten zwei drei super geirat denn die nächsten zwei oder drei folgen werden damit definitiv erstmal aufgenommen und beim rennen werde ich dann entscheiden ob das auch dabei bleibt mit diesem mit diesem aufnahmeprogramm das ganze aufzunehmen und ja guck mal warum was war hier nur neues finden oder überhaupt etwas finden entschuldigung dass ich am husten bin ich bin krank deswegen entschuldigt bitte dass es so ist beziehungsweise dass ich am husten das doof ist dass ich jetzt keine ich habe keine zeit jetzt hier beim anderen aufnahmeprogramm wurde die zeitgleich mit mit dazu gerechnet aber das ist jetzt hier nicht der fall da muss ich hier auf meiner g19 eben die zeit laufen lassen gut ja machen wir nun wollen die hier was machen aber nicht was mal ich denke mal ich denke mal hier wird gleich was passieren aber ich bin mir auch nicht so ganz sicher voll die außenseite oder level 255 na die gehen noch aber das sind die richtige außenseite das ist ja jeder jeder ist dieses verkackte 255 erwarten du muskel oder 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 nicht na sprich ich soll ja zurück nach muskel denke ich mal oh oh tenant was denn da los ob der da gerade auf den sack kriegt ich weiß es nicht wenn 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 ja werden was gleich erfahren sagen wir es mal so oh alter ist das da reingekracht jawoll so machen wir mal gucken wie jetzt hier ist ja ein gar nichts weil wir können aber rüber nein wir können auch weg die fängt schon wieder scheiße an ich springe weg ich springe weg mit dem lege ich mich garantiert nicht dann oh man das gibt mir selber was auf den sack dieser scheiß husten her na schnappt er sich jetzt die beine hier so dann springe weg mit dem lege ich habe doch aber keine angreifer oder ne eigentlich nicht tja keine ahnung gucken wir doch mal was hier los ist das klingt schon ziemlich scheiße ich hoffe das sind die richtigen schiffe ach nö es geht ja ich komme zu spät scheiße veranstaltung schon vorbei hier ah man mist ah raketengebauer nachkaufen scheiße nichts dazu beigetragen ja erledigt aber auch gar nichts dazu beigetragen ja dann eben doch wieder geirat oder nicht oder was ich habe keine ahnung aber es fängt schon wieder richtig scheiße an die 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 diese aufnahmesession hier merkt er das wie kacke das schon wieder läuft wie kacke das schon wieder läuft da er muss den save aber es bringt uns ja gar nichts ach wie soll was dann springen wir noch surpenthaus 32 surpenthaus Das ist aber bestimmt wieder hier irgendwie... ...da. Na ja, geil ey. Machst du nix, ne? Da machst du nichts. Hier ist auch nichts los. Oh, glaubst du es, ey? Kommen wir immer noch nicht hin. Könnte auch so ein Kamikaze-Flug einfach darauf machen, ne? Aber, na... Na... Nee, lieber nicht. Ich hasse Kamikaze-Flüge. So, jetzt noch einmal springen und dann sind wir da, ne? Oder? Oh! Na, wenn wir schon mal eine Plattform vor der Nase haben, können wir die auch eigentlich attackieren, oder? Ich denke schon. Das ist doch ein Feind, oder? Oh! Hörste! Hm. Ich weiß nicht. Ja, er springt doch vorher weg. Das weiß ich doch schon. Dass er vorher weggespringen würde. Und hier... Es ist immer abgeräumt, ne? Immer sind die Dinger leer, diese Trümmerfelder, ey. Das ist der letzte Rotz. Mordor. Wow. Oh! 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 Wunderbar, dann machen wir gleich mit. Wunderbar, dann machen wir gleich mit. Ach, Mensch. Was helft denn der jetzt? Was helft denn der jetzt? Ach, Mensch. Was helft denn der jetzt? So. Ach ne, der kommt eben nicht zu spät, oder? Der kommt wahrscheinlich genau richtig, damit er noch was abgreift. Nein! Nein! Hm. Was denn das? Zwar und... Wieder so nass, ne? Boah, hat der ein Glück? Versteh ich nicht. Ist mir zu hoch. Wer meint er denn? Ach so, da ist wahrscheinlich einer ganz klar weggekommen, oder was? Ich weiß es doch nicht. Auf jeden Fall machen wir das Ding hier noch platt. Oh. Oh, was ist das? Oh. 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 Oh, oh. 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 Wir haben alle sich diese rote Design gegönnt, ne? Versteh ich nicht warum. Junge, 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 alle solche hoch... Das Spiel ist einfach, also, wenn man es mal so sieht, für Neuanfänger ist das ja fast gar nichts, das Spiel, ne, oder? Also mal wirklich, denen fällt ja gar nichts mehr ein. Die sind alle solche riesen Level. Ey, was willst du da machen, ey? Irgendwann sind hier alle Level 255, außer ich, weil ich halt Jahrzehnte dafür brauchen würde, aber... Oh, die Jungs brauchen Hilfe da unten. Na, ha, 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 oder? Ne, die brauchen keine Hilfe. Jetzt aber mal im Ernst. Ich meine, was ist denn? Dann sind wir alle Level 255, alle haben dann irgendwann die besten Waffen und dann stehen wir hier alle und denken uns so... Wir sind ja so toll. Das ist echt scheiße, muss ich sagen. Die müssen mal langsam anfangen, sich irgendwas einfallen zu lassen. Diese neue Spieler werben. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh man Hab ich euch voll ins Ohr gewusstet, wa? Scheiße Scheiße Ja, zwei Waffen aus, ne? Muni sparen. Ach du Scheiße. Was passiert denn gerade da unten? Boah, Alter. Die kriegen ja richtig auf den Sack jetzt, wa? Hohoho. Wollen die dann nachher hoch? Aber ich meine, wir sind da genug, wa? Ja, eigentlich. Müsste das klappen, wenn die so viele bleiben, wie sie sind. Ah, komm, die kommen mal hoch. Die sollen mal hochkommen. Kein Problem mit. Jawoll. Junge, was tust du? Oh, ey. Stückchen Scheiße, Alter. Piss dich doch mit deinem fucking Scheißschiff. Dummer Penner, Alter. Was soll denn das? Denkt auch nur, weil er hier so ein großes Schiff hat. Er ist halt der größte, wa? Meine Fresse. Ja, und dann Level 226. Ey, kack nur. So, ein Nichtscanner. Was soll denn jetzt mal Feierabend? Haben wir gewonnen? Ja, tatsächlich. Das war ja... ...ne Lachnummer, wa? Na, kriegen wir jetzt hier Platin oder nicht? Ah, cool. Okay. Auf nach... Ach so, erst mal Folgenende. Genau. Ja, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für die Folge. Ähm, macht's gut. Und...